Und damit herzlich willkommen. Gott, ist das niedrig. Wir waren hier vorher. Und Dirk redet vom Niveau. Ich schätze mal eine Dame. Nicht unwahrscheinlich, aber man weiß es nicht. War es nicht? War es nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse. Mit Oh, tschüss. Ja, mit wem? Mit Klausemann. Und dem Dirkinger 3000. Und einem ordentlichen Schluck Cola Light. So, ist ja kein Markennamen. Weniger Kalorien. Kann ja alles sein. Aber wir können uns nur River Cola leisten. Die gute. Ekelhaft. Gibt es ihn da? Bestimmt. Zarter Ton von Limette. Man schmeckt es nur so ganz sacht raus. Finde ich eigentlich gut. Ja, wir haben uns aber gestern zufällig, zufällig sind wir uns abends noch in die Arme gelaufen. Ich sage mal zufällig. Im Zwanglos 3. Genau. Du hattest deine sportlich elegante Hose an. Ich kann dir ein bisschen mehr Kabel geben. Nee, ist alles gut. Sicher. Ich wollte den Popschutz, den leichten riechenden Popschutz mittlerweile schon ein bisschen mal. Ja, du hast wahrscheinlich immer die gleichen, aber hier sprechen ja bestimmt im Monat so fünf verschiedene Münder dran rum. Hier auch. Wir wechseln ja, also je nachdem. Na gut, also fünf verschiedene Münder waren hier bei mir auch schon dran. Aber nett, der redet über meinen Schwengel. Die einen sagen so, die anderen bäh. Die rostige Trompete. Gut, sprechen wir über den Einsatz bei dir im Innenhof. Ja, wir werden ja jetzt jeden Morgen, haben wir unseren Weckservice bestellt. Ja, so um 7.57 Uhr, zwischen 8.10 Uhr und 7.57 Uhr. Das Schöne ist, man kann ja auch nicht sagen, bei mir im Innenhof oder als du weg warst, bei dir im Innenhof. Es ist ja unser Innenhof. So. Auch wenn da noch so eine kleine symbolische Mauer dazwischen steht. Ja, aber Lärmbelästigung hält das nicht auf. Schön auch, dass es ohne Ankündigung ging es einfach los eines Morgens. Ja. Und mit dieser kleinen Pommespappe da bei dir an der Tür. Ja, wir zerstören alle Fahrräder, die bis morgen nicht weg sind. Ja, sicher doch. Unter welcher rechtlichen Grundlage denn? Also ich meine, wenn man sagt von wegen, wir haben euch keinen Tag vorlauf gegeben. Hat auch jemand gleich von der Hausgemeinschaft angeheftet. Das könnt ihr nicht machen, das ist rechtswidriges Entfernen. Es wurde dann auch nichts entfernt. Also sie haben das dann alles mit Rücksicht auf die Fahrräder aus dem Weg gestellt. Es gehört uns, wir können alles machen. Wir übergießen euch mit her, wenn wir wollen. Nee, aber auch die Eigentümer wussten halt auch nichts davon. Wer war denn das, der 4-Million-Dollar-Mann? Ja, muss es ja gewesen sein. Ich glaube nämlich... Wie, der kauft oben das Dach und sagt, ich will den Innenhof schüllen? Nee, ich meine, ich habe mal gehört. Jetzt geht's los. Nein, also einer... Legt euch zurück. Hier aus der Hausgemeinschaft meinte jemand, der Deal ist wohl, wenn du irgendwo in einem Altbau das Dachgeschoss ausbaust, bist du finanziell für den Umbau des Innenhofs verantwortlich. Weil der neuge... Irgendwie sowas. Da gibt's halt irgendwelche... Was ist das für eine Grundlage? Da musst du doch auch irgendeine Dachbegrünung und so musst du auch schaffen. Da gibt's halt verschiedene Ansprüche, die du erfüllen musst. Auf jeden Fall war das halt nicht vorher angekündigt. Und dann meinten einige der Eigentümer, die haben bei der Hausverwaltung angerufen und gefragt. Da wusste auch keiner Bescheid. Was sie aber schon seit Monaten oder seit... Ganz so ein Tick. Ja. Seit Wochen, so. Schön. Super. Seit Wochen versuchen zu melden, ist, dass zwischen unseren beiden Häusern, da ist ja... Eine Leiche liegt. Bald. Wir sind ja beide mit Dämmpappe ausgestattet. Also beide schön dicke Isolationen und... Wie zwischen unseren... Da gibt's was dazwischen? Nein, aber die Regenrimme. Aber die ist ja nicht dazwischen. Die ist doch auf, oder nicht? Die liegt doch auf der Linie, oder? Ja, genau, aber das ist ja also vom Grundstück her zwischen unseren beiden. Ja, okay. Das meine ich. Ich dachte jetzt plötzlich, er hat gebaut und hat so eine Schimmelspalte gelassen. Also, ne? Die Regenrinne und links meine Isolation, rechts deine Isolation. Also schön warm, da hat sich ein Wespennest niedergelassen. What? Ja, und das ist seit Wochen an meine bescheuerte inkompetente, inkontinente Hausverwaltung gemeldet. Aber natürlich machen die nichts. Und jetzt... Haben die aber vorher gesagt. Wollen sie Schwarzgeld? Nein. Kleine Info, wir machen gar nichts. Ja, aber die müssen ja trotzdem in das Haus heute. Und hinterher jetzt ein Wespennest und die ganz oben haben halt ein Fenster direkt neben den Wespen. Augen auf beim Eigentumswohnungskauf. Ja, also ich meine, so Insekten haben wir auch Vorrang. Auf jeden Fall. Das ist so eine ganz seltene Art. Dann haben die ein Problem. Da ist ja nichts mit Feuerwehr und wegnehmen, sondern... Müssen wir ja auch nicht ausziehen. Genau. Naja, aber wieder mal das Feld in dieses absolut bizarre Bild von niemand macht irgendwas, niemand weiß irgendwas. Und jetzt habe ich keinen Bodenbelag mehr im Innenhof, sondern einfach nur Dreck. Zum Glück hat es gerade ein bisschen geregnet. Ja, das ist jetzt schön. Da bin ich hier gerade durch den Innenhof. Ja, vor allem, du weißt ja, die gießen da morgen auf die nasse Erde Betonestrich. Aber das soll doch, da sollen auch Pflastersteine wie bei uns rein oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Aber steht auch in diesen, steht es nicht auf der Pappe? Stand da nicht von wegen, das soll gefließt? Stimmt, ja. Wenn es auf der Imbisspappe steht, ist es offiziell. Ich habe gedacht, die wollen das optisch mit unserem angleichen. Auch wenn du sagst, gefließt, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die da so ein paar Badezimmerfliesen legen, die sie noch überhaben. Nein, nicht gefließt, aber halt diese ganz normalen Steine, die bei uns auch sind, diese Backsteine. Womöglich, aber weiß ja keiner. Das Nächste ist dann, dass ihr im Treppenhaus auch hier Sisal, Sisal oder Riesalteppich, wie heißt der nochmal? Ja, Sisal, glaube ich. Sisal. Ja, das ist doch eine... Aber was das kostet, was das kostet? Ja, aber ich meine, das mit dem Sisalteppich, das müsste ja auf jeden Fall die Hausgemeinschaft beschließen, weil die ja finanziell dafür verantwortlich sind. Ja, aber das müssen die doch auch, das kann ich mir ja vorstellen, das Dachheide. Ja, natürlich müssen die das eigentlich beschließen. Also grundlegend finde ich es einfach nur krass, dass wir wie lange jetzt, anderthalb Jahre schon im Baulärm leben. Vor allem, ich dachte ja, als das anfing... Ich bin Matsch. Weil bei dir haben sie ja an den Fassaden den Boden ausgestemmt, als du weg warst. Deswegen dachte ich halt, okay, das geht jetzt weiter. Ja, vorher schon hatten sie ja angefangen. Ach du, du hast noch ein bisschen was gedacht. Ja, es hieß ja den ganzen August und fertig waren sie Mitte September. Ja, vor allem jetzt, wo ich überlege, also ich sehe schon, dass die im Winter nicht fertig werden damit. Und das Geile ist, sie haben ja halt auch nur, sind ja auch nur so tief gegangen, wie diese alten Bunkerkeller da sind, um dann halt kurz irgendwie die Häuserwand, die komplett feucht ist, abzuföhnen. Dann haben sie halt irgendwie eine Chemie herangeklatscht und das, was heute standen hat, ist halt irgendwie diese komische Weltplastikmatten da so reingelegt. Stimmt, da habe ich auch noch gar nicht gedacht, dass der Regen ja jetzt ja durchsackt. Ja, das ist eh das Geile. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass Mitteleuropa halt so krank baut, dass es halt total Energieverschwendung und halt auch Rohstoffverschwendung, das ist ja das. Also dieser Betonschicht, die nicht schön war, aber die hätte locker 50 Jahre noch gehalten. Da ist ja keiner irgendwie gestolpert irgendwas, sondern irgendwer hat nur gesagt, ja ne, komm hier, du machst das Dach schön, machen wir schön unten auch. Oh, du hättest ja auch was drauflegen können. Ja, ich weiß ja nicht, natürlich. Also das muss ja jetzt neu gegossen werden. Naja, aber wenn du, also wir haben mal damals, als ich in Hannover noch oder bei Hannover, da haben wir halt die Einfahrt neu geflastert. Und da gießt du ja auch kein Fundament, sondern da kommt dann halt erstmal Erde und dann kommt da so ein komischer Kies. Der wird dann halt erstmal irgendwie plattgestrichen, dass du so eine plane Ebene hast. Also sollte ja das schon irgendwie in Lot sein. Dann kommen die Pflastersteine, dann wird es gerüttelt. Nee, ich glaube vorher wird es gefegt, also dazwischen kommt da irgendwie so ein Sand und dann wird es gerüttelt. So und da wird kein Fundament gegossen, weil die sich halt einzeln bewegen wollen und sollen. Und die sind ja gerade dazu da, dass halt zum Beispiel, wenn es jetzt regnet, dass du halt nicht eine Pfütze in der Mitte hast, weil du da ein Fundament hast, sondern dass das Absichtgang hat und dann durch verschiedene Sedimentenschichten dann halt irgendwie verschwinden kann. Ja gut, jetzt habe ich vergessen, hier bauen ja auch Experten bei meinem Haus. Das Geile ist, ich habe schon gedacht, bei Wind und Sturm, was jetzt halt an tausend kleinen Samenkörnern von der Esche darauf klatscht, wo das halt einfach irgendwie einfach nur was draufgenagelt wird. Würde mich nicht wundern, wenn dann so nach einem halben Jahr die ein oder anderen Steine sich anheben, weil dann halt einfach mal Esche oder irgendwas anderes sagt, da war frei, ich gehe jetzt durch. So wie Peter sagt halt irgendwie, Baum springt alles. Ja, also, da sollte man, glaube ich, einfach nicht drüber nachdenken. Das müssen wir jetzt einfach ein bisschen erdulden. Ich meine, die laute Arbeit ist jetzt vorbei. Naja, wenn die Pflastersteine kommen, müssen die gerüttelt werden. Okay, na gut, aber das dauert bei der Fläche einen Tag. Ja, aber ich meine generell, diese ewigen, lärmenden Baumaßnahmen hier und wo kein Mensch halt irgendwie hier so ein bisschen Mietminderung anmelden kann oder konnte, du hast ja gesagt, rechnerisch, äh, rechnerisch, rechtlich ist das eine sehr schwierige Sache. Und dann hast du eine Auswahl, die nicht reagiert hat, dann hast du halt. Ja, also, weil die ja machen einen längeren Hebel und sagen von wegen, klar, würdest du Recht bekommen, aber wir würden alle rechtlichen Instanzen durchjagen und wir haben Büro an der Friedrichstraße. Genau. Und wir haben hier Advokat und du darfst erst mal Zahlen oder was. Ja, vor allem, ich meine, das geht ja dann nur für dich im Haus. Du könntest ja jetzt keine Minderung beantragen, weil der Lärm bei mir ist. Das ist halt auch so bescheuert. Ja, natürlich. So von wegen, ja, ihr habt ja in der Mitte, weiß nicht, einen fünf Zentimeter dicken Jägerzaun, und deswegen ist es halt nicht. Ja, genau. Und ich meine, ich habe ja den Baulärm quasi seit zehn Jahren hier, weil auf einer Seite im Hof immer was umgebaut wurde. Also ich meine, das geht ja hier von Haus zu Haus und jetzt auch, jetzt haben sie das Gerüst bei mir auf der anderen Seite umgebaut, äh, abgebaut. Ja. Es dauert halt alles eh. Also es hat. Aber dafür bist du psychisch noch voll in Schuss, finde ich. Ja, dafür geht's, ne? Also, wenn ich überlege, wie ich drauf bin, ey. Weißt du, wann Dirk und Klaus das ändern könnten? Na? Mit meiner Frage. Boah, das ist jetzt die Wahlgang, hoffe ich. Was, was würden wir, Dirk und Klaus wird eine Position angeboten für eine Woche. Im Landratsamt. Nur eine Woche. Nee. Als Könige von Berlin. Ja. Wir sind für diese Woche Könige von Berlin. Wir sind auch, äh. Das ist jetzt aber nicht aktuelle Monarchie, die nichts zu sagen haben, sondern wir sind oberst Instanz. Ja, aber es ist schon eine konstitutionelle Monarchie. Also wir können nicht, äh, einfach dann in der Woche auf Dauer das Parlament nach Hause schicken. Ja, wir sind schon noch so ein bisschen an, äh, an rechtliche Sachen gebunden, aber das können wir ja ausboten. Das oberste? Ja, ja, aber wir können jetzt nicht einfach sagen, wir lassen Christian Lindner mit einem Newton'schen Pendel den ganzen Tag in die Hoden hauen, weil es lustig ist. Ist es dieses, ja, dieses Klatsche? Okay. Obwohl es schon sehr lustig wäre. Ja. Wusstest du, dass Lindner Hauptmann der Luftwaffe ist? Ich habe letztens das Bild gesehen. Der Reserve. Unglaublich. Das sagt was über den Notstand bei der Bundeswehr aus, dass so ein lappender Hauptmann ist. Ja, aber das krass ist ja. Und dann stand er ohne Kopfbedeckung draußen. Gibt es da nicht irgendwie so, so irgendwie so gleich so ein Disziplinarverfahren? Ja, schlag in die Hoden. Ja, vor allem. Aber mit einem Stück Seife, was in der Socke ist. Ja, der ist halt nur Offizier, nicht Stabsoffizier. Der kann das tatsächlich nicht machen. Also. Was kann er tatsächlich nicht machen? Der ohne Kopfbedeckung da rumlaufen. Ach so. Ja, aber dann wird auch für Sicherheit der ein oder andere rechtlich ihn da ankacken können. Seine Arschhaare da auf dem Kopf zählen nicht. Hat er es nicht Klopp gemacht? So viel Scheiße, wie Lindner redet, muss da irgendwas im Argen nehmen. Ja, Klopp hat es auch gemacht. Ja, aber ich meine als allererstes ist ja klar, so eine aktuelle Sache wie hier. Also diese Suche nach dem Nazigold, was das ja mehr oder weniger ist, habe ich so gedacht. Was hier im Innenhof passiert. Warte, bis sie bei mir oben das Bernstein-Zimmer finden. Ach, du hast das. Und das Bernstelter-Zimmer. War er nicht mal bei wie bitte? Oder wo war das? Der hat drei Haare auf der Brust, der ist ein Bär. Ach du Scheiße, dieses Kölsche-Gitarren-Gesicht. Ja, 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 ja. Genau, der so ein bisschen aussieht wie so ein... Wie, aber den kennst du, aber du kannst den Unterschied zwischen Karl Dall und Mike Krüger rauskriegen. Jetzt mal du hattest auch einen ganz bösen Aussetzer. Was? Wer ein Glasauge sitzt, soll ich mit Steinen werfen. Oh Gottes Willen. Du hast gerade aber irgendwie so Stunde Fips Asmus in dir gegeben, oder? Der funktioniert ja immer noch und nicht, weil ein Witz gut ist, sondern weil er ja so eine Stunde... Dunder, weil er dich halt einfach in seinem Vier-Stunden-Programm Möbe quatscht. Der kriegt ja jeden Kegelverein weich, immer noch. Ah ja, den muss ich euch erzählen. Und dann denkst du, Alter, irgendwann gibst du einen Achter. Gib dein Gehirn halt einfach die Schleusen auf. Sag, komm, schenke ihn irgendwie. Wir sind jetzt kurz vor Wahnsinn. Lachen, Applaus. Das ist alles drin, ist alles drin. Das ist so eine Frage des Framings. Du musst das nur, du musst das nur den Kontext für die Zuschauer richtig darstellen. Dann finden sie es auch lustig. So wie wir. Ja. Wir machen das halt auch. Also es gibt ja wenige, die wahrscheinlich sich darüber immisieren, was wir halt hier machen. Aber so nach 15 Jahren, Freunde, haben wir euch. Da seid ihr alle weich. So wie wir. Wie sind die jetzt? Eigentlich sind wir nur so einen Haufen Mett. Also gekettet wie die Hirtenhunde. Und so eine kleine Schale Götterspeise. Das ist ungefähr das, was ihr hier sehen könnt. So ein bisschen mit Ohren und Schnute und das mehr ist nicht da. Ja, ja, ja. Ja, also ich meine diese, ja, dieses illegale Rumbuddeln im Innenhof, das würden wir als Könige ja schon erstmal echt unter Verbot stellen. Ja. Und dann vielleicht hier die Mitbewohner dieser kleinen Wohngemeinschaft vorher ankündigen im großen Stil, dass jemand nach dem Innenhof kommt, nach einer Woche vorher mindestens. Hört her, hört her, hört her. Ich würde ja sagen einen Monat vorher. Also Bauarbeiten kannst du schon mal einen Monat im Voraus planen. So, mach mal einen Monat. Wir Körslowski und Söhne werden im Zuge einer dummen Aktion des dummen Besitzers dieses dummen Hauses. Herr Pimmelmann von Schwengelsdorf. So. Diverse Gänge und Spuren aufreißen. Neulegen. Neulegen. Falls wir Gold finden, gehört es dem König und seinem König. So. So war es vielleicht. Hört, hört Ende. Genau. Weitermachen. Wir haben noch Donuts im Innenhof verteilt. Unverpackt. Auf dem Boden. Schönen Tag. Behalten euch, bevor die Krähen sie haben. Es lebe der König. Und dann verschwinden wir wieder. Ich kam gestern drauf, weil ich ja den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs war. Ja, und angezogen wie ein E-Bike-Senior. Ja. Ich fahre doch nicht mit einer normalen Hose den ganzen Tag Fahrrad. Du hast mal gesagt, wer in der Jogginghose rausgeht, der hat, hast du dich doch orientiert. Die scheue ich mir doch durch. Du musst mit so einer alten Reiterhose fahren. Das würde ich machen. So einen verstärkten Schritt. Kolonialhelm. Ich weiß nicht, ob du das mit dem König da nicht alles durcheinanderbringst. Na ja, und ich dachte, es ist ja schon seit längerer Zeit im Gespräch. Guckst du gerade auf den Saft in meinem Regal? Ja. In deinem Kleiderregal steht da eine Tüte Saft. Ich Dortmund saß auf dem Sofa und hat da gearbeitet. Markiert. Saft. Ja, na ja. Dieses Pommes-Portemonnaie ist auch nicht von mir. Herzliches auch, ja. Das ist Wahnsinn. Man sieht hier immer wieder was Neues beim Klaus. Jede Woche. So geht es mir auch. Das war doch mein Wohnzimmer. La 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 la. Geh in die Küche, bring Bier. Hm, gerne. Es ist ja seit Monaten, wenn nicht Jahren im Gespräch, das unter der U1. Da ist noch was unter der U1. Nee, sie ist ja eine Hochbahn. Also die verläuft ja die meiste Zeit überirdisch. Wollte ich gerade sagen. Irgendwann ist sie auch mal unten. Ja, aber die meiste Zeit bis zum Gleisdreieck? Das würde ich erst mal verbieten. Es darf nicht U-Bahn heißen, was auf oder über der Erde fährt. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal. Das ist die Ü1 bis zum Gleisdreieck? Nein, das muss was Königliches. Das ist die hoheitliche Luftbahn. So. Die hoheitliche Luftbahn zu Berlin. Okay, gut. Äh, jedenfalls. Das war halt auch mal eine Ansage hier. Berliner Bauweise sagt man ja auch dafür. Ja. Da drunter ist seit Monaten, Jahren im Gespräch, dass da eine Fahrradschnellstraße hin soll. Oh, ich habe gehört, dass in Bern, nee, Bern, Bern, Bern nicht, wer ist das? Bernau. Bernau. Bernau ist das? Ja, Bernau. Bernau bei Berlin. Sagen wir, es ist Bernau. Nee, wirklich, ist doch Norden, ne? Ja. Ja. Dass da irgendwie eine, da, neulich, Ferielager, dass da eine Ferien, eine Schnellfahrradstraße irgendwie nach Berlin führt. Wo du echt geradlinig ratzefatz. Es gibt, es gibt in Spandau im Fernwesten, beginnt einer nach Kopenhagen. What? Ja. Durchgehend? Ja. Ach, komm. Da gibt es dann halt so mehrere Etappen, die Brandenburger Etappe, die Mecklenburger Etappe, oder du kommst direkt durch nach Kopenhagen. Aber dann bitte nicht für E-Biker. Nee, ich meine, weil das ist ein Moped auf dem Fahrrad, also das ist, das finde ich immer schwierig, weil Fahrrad hast du so ungefähr eine Geschwindigkeit, die du einpendeln kannst. Es gibt ja, da gibt es ja Unterschiede, es gibt ja welche, die nur zusteuern, wenn du selber trittst. Ja. Und welche, die alleine fahren können, ich weiß nicht, eins von beiden heißt Pedelec eigentlich, rechtlich. Man sagt nur immer so umgangssprachlich. Hat das nicht Elvis Presley seiner Mama damals geschenkt, einen rosenen Pedelec? Das war für Nüsse in dieser Folge. Oh Gott, das ist hier Weltwissen, was ich hier präsentiere. Hier liegt das schon am Boden, schon keine Luft mehr. Keine Lust mehr. Die Flasche. Ja. Was ist denn mit der Kohle? Hast du hier eigentlich abgestellten Cola wieder mit Kohlensäure versetzt? Das wäre mal ein Versuch. Man soll ja nichts außer Wasser reinfüllen. Ach, ladida, das ist Wasser. Sagen wir bis zur Feuersagenwohle. Bis wir uns einen schönen, kühlen Feuersagenwohlen zisch machen. Ja, bis wir merken, dass es nicht geht und wir versuchen mit einer Gasflasche am Feuer direkt. Ja, klar geht es. Warum soll das nicht gehen? Weil die Düsen verstopfen. Ja, aber doch nicht bei der ersten Flasche. Meinst du nicht? Mehr als eine 085er Flasche schaffen wir doch eh nicht davon. Das wird wahrscheinlich nur heißer Rum. Ja, aber ich würde einfach dann per königlichem Dekret oder per königlichem Sekret sagen, immer lustig, dass einfach mal diese Fahrradschnellstraße da gebaut wird, weil das ist... Schung, wo war die nochmal? Unter der U1. Ach so, parallel zu U1? Nein, unter der U1. Du hast ja unter den Schienen... Genau, du hast ja da drunter Platz. Und das ist schon länger... Naja, also da wird gerne gepinkelt oder mal... Ja, du kannst ja trotzdem noch so eine Pissoirinne da haben, wie im White Coal Inn, aber... Ganz große Sache, was ist mit den E-Scootern? Also erstmal alle zuständigen Unternehmer dafür in einen Arbeitskreis setzen, die Tür zumachen und den Schlüssel wegwerfen. Und vielleicht auch in der Garage und wir haben so einen Schlauch mit den laufenden E-Scootermotoren. Was? Ich habe schon nicht zugehört. Ja, das war genauso witzig wie deine Bemerkung. Die mega. Na ja, also auf jeden Fall die E-Scooter. Ja, was machen wir mit denen? Also natürlich werden die verboten. Ja, sicherlich, aber ich meine, was machen wir mit denen? Also verteilen wir die ans Messegelände, dass sie auf Privatgelände fahren dürfen? Ich würde erstmal... Für Kinder, Verkehrsschulen... Was ich zum Beispiel gesehen habe, was jetzt nicht so lustig, aber ganz klug ist, Herne ist ja die Stadt, Herne, die Stadt in Deutschland, die zuerst die E-Scooter hatte. Und die sind ganz pfiffig, die hatten halt nicht irgendwie, wie Berlin gesagt, von wegen, ja, wir nehmen irgendwie so blöden Anbieter, sondern die haben gesagt, ja, ihr könnt hier, aber... Und dann haben die erstmal so eine schöne Latte an Maßnahmen... Erstmal eine schöne Latte bekommen. Genau, an Aufgaben gegeben, die halt dieser Erfinder beziehungsweise Hersteller da halt erfüllen sollte. Lorenz E-Scooter. Unter anderem haben sie die Karte von Herne gegeben und haben gesagt, in diesen Bereichen darf das Ding nicht fahren. Und er hat gesagt, das ist ja programmierbar, könnt ihr ja hinkriegen und das haben die auch gemacht. Und sobald du halt in eine Altstadt fährst, Fußgängerzone etc., schalten diese Leimscheiß-Juice-Dinger sich komplett ab. Das ist nicht mehr von, sondern sie dürfen hier nicht fahren, Achtung, Achtung, sofort ist Feierabend. Aber sowas finde ich erstmal super geil und das könntest du natürlich auch münzen, wenn das halt auf dem Meter genau ist. Da sagst du vom Legen, du fährst auf dem Bürgersteig, das Ding ist aus. Hast da nichts zu suchen. Du hast einen Fahrradweg, du hast eine Straße, fährst auf dem Bürgersteig, das Ding ist aus. Und dann halt auch die, ja, sobald du halt anfängst, halt das Ding parken zu wollen auf dem Bürgersteig. Das muss ja da stehen. Ja, aber ich meine, also wir würden es verbieten, aber generell finde ich es ganz geil, wenn man irgendwie mit Strom arbeitet. Dass wenn du so blöde bist, das Ding irgendwo hinzustellen, wo du nicht darfst. Und dann lädt sich der ganze Akku in dir. Ich meine, dass Christi halt mit so einem kleinen Feuerzeug, das geht ja nicht. Ja, das funktioniert nur, wenn du die Kontakte an deinen Nippeln hast, ansonsten fährt er gar nicht. So, und dann, äh, sie sind dumm, sie fahren E-School, äh, sowas. Ja, oder du lässt immer zwei zusammenschweißen und machst da so ein Seniorenmobil draus. Pfff, um Senioren mehr Mobilität zu geben. Ah, ah, ah. Aber ich meine, wir würden die, glaube ich, erstmal... Ja, die wären weg aus dem Stadtbild. Ja, aber wir würden die halt nicht wegschmeißen, weil das ist ja das Schlimme an denen. Ja, genau. Ich meine, wir müssen irgendwas Logisches mit drin machen. Aber damit retten wir sie ja auch nur einen Monat. Naja, aber die sind doch... Länger halten die Scheißteile. Ja, bei normalen Assi-Gebrauch auf der Straße. Aber die könnten ja vielleicht irgendwas Nützliches machen. Ja, genau. Ich meine, da setzt du dir, das meine ich ja, auf dem Messegelände ein oder so. Ja, auf der Charité oder so, wo diese Wege so lang sind. Ja, genau. Wo mittlerweile auch diese E-Busse fahren, komplett autonom. Ja, bei sowas vielleicht. Ja. Also, ich meine, da wird es ja dann sicherlich eine Reihe an Anwendungsbeispielen geben. In Behörden. Ja, genau. Irgendwie da sind Scheiß. Dann, ah, ist mir gerade das eingefallen. Scheiß, ist schon wieder weg. Ja, aber was hättest du denn grundsätzlich jetzt von der Idee der Fahrradschnellstraße? Weil das ist... Ja, sowas ist super. Du hast dann halt einfach, es gibt ja verschiedene Orte und auch einfach generell die Radwege ausbauen. Das ist ja eigentlich, hängt das ja oder knüpft das an an unserer Folge 1 über das Asi-Verhalten der Fahrradfahrer in Berlin. Ja. Und das hat ja einen Grund. Und das liegt nicht daran, weil die alle, also nicht alle... Also, ich meine, ich kann jetzt mal gestern am Beispiel was sagen, wo ich einfach mal über 20 Meter auf den Gehweg ausweichen musste. Weil die Gehchina-Straße, das sind zwei enge Fahrspuren. Also, für die Autos und die Parkspur ist das eigentlich schon zu eng. Und du hast einfach nicht, du kannst nicht den Abstand zu den parkenden Autos halten und neben der Fahrspur fahren. Ja. Also, es ist einfach wirklich aus Platzgründen nicht möglich. Das heißt, du bist halt eigentlich zu dicht an den parkenden Autos. Wenn da jemand die Tür aufmacht, war es das für dich. Und dann parkte halt eine LKW vorne. Und da war halt definitiv einfach die Spur zu eng. Und da lässt dich halt im Feierabendverkehr keiner auf die Autospur fahren kurz. Ja. Also, das kannst du halt vergessen. Und man weiß ja in Deutschland, Innenstadt, Tempolimit 130. Also, ich meine, und da gibt es halt nicht mal einen Radweg. Also, du fährst halt einfach normal auf der Straße. Und das ist halt einfach genauso wie die Holzmarktstraße und Strahler Ballet. Das sind einfach so wichtige Verkehrsadern, wo du halt so gut eigentlich mit dem Rad langkämst. Und so viele Leute wirklich sinnvoll aufs Rad ausweichen könnten. Ja. Statt alleine im Auto zu sitzen. Das ist das, was ich eben meinte, dass wir ja gesagt haben, die Radfahrer, die sich alle so blöd verhalten. Die meisten machen das ja, diese Wege oder Ausweichtwege auf dem Fußweg, weil halt die Radwege auf der Straße oder das Fahrradfahren auf der Straße halt so gefährlich oder so unausgebaut ist, dass dann halt dieser Scheiß passiert. Das natürlich auch total assi ist. Das haben wir ja schon lange und breit erklärt. Aber genau das ist es ja. Ja, genau. Es geht halt einfach teilweise nicht anders. Und es gibt ja halt Modelle schon irgendwie in den Niederlanden oder sonst was. Belgien, da gibt es halt ja Großstädte, die halt die großen Fahrradwege halt haben. Und da fließt es ja halt auch einfach. Oder du hast halt kleine Straßen, die halt überhaupt nicht mehr für den Autoverkehr zugelassen sind. Ich meine, das hast du hier so ein paar. Hast du irgendwie das bei ... Ich weiß, in der Linienstraße ist das teilweise so. In der Nähe von der Brunnenstraße. Da gibt es halt so kleine Parallelstraßen, das ist halt auch. Da ist aber halt immer von wegen, ja, Anlieger frei. Und dann gibt es immer den Gag von wegen, wie in einer Fahrschule damals, ja, ich habe aber Anliegen. Und dann denkst du, äh, äh. Und dann fährst du halt da durch. Wo dann eigentlich, ich meine, das ist weniger, aber davon fernfällig. Viel, viel mehr Fahrräder, aber das bringt nichts. Nur Zulieferverkehr. Ja, aber es bringt halt nichts, wenn du da halt nur 100 Meter hast, so. Ja, ja, eben, genau. Weil Fahrrad ist halt nicht, du bist da nicht Fußweg unterwegs. Das ist so wie mit der Feinstaubbelastung, wenn es dann heißt, die Messwerte da sind zu hoch, da wird gesperrt. Und dann fahren sie jetzt alle eine Straße weiter. Aber du hast ja damit in einem größeren Kontext nichts gelöst. Ja, aber auf jeden Fall das ein bisschen sortieren, den Verkehr in Berlin. Ja, ich meine, da muss man dann definitiv auch so ein bisschen verbannen. Also da darf dann halt, große Bereiche sind dann keine Straßen mehr für Autos. Ja. Und dann muss natürlich halt auch die ganze Gastronomie und sowas zusehen. Da muss man dann halt irgendwie Alternativen schaffen, weil die haben dann auch jeden zweiten Tag eine Großanlieferung mit Getränken etc. Ja, aber da würde ich jetzt sagen, für so Zulieferverkehr könntest du es sogar teilweise noch offen lassen. Ja, okay. Weil ich meine, das ist halt dann ein Fahrzeug. Aber wir haben viel Zulieferverkehr, wenn du dir die ganzen Päckchen scheiße denkst. Also alle Amazon-Dinger sind ja auch dann Zulieferverkehr-Dinger. Ja, aber du hast halt mal so fünf Fahrzeuge am Tag. Ich glaube, das kann so eine Straße verkraften, die sonst für … Ich würde sagen, es sind mehr. Na gut, aber ich meine, das wäre zumindest noch zumutbar. Das würde ich als Kompromiss zulassen. Ja, und ich würde sagen, bei kurzen Wegen würde ich halt auch einfach, wenn das alles Fahrrad ist, würde ich halt Lastenfahrräder halt irgendwie da auch in die Firmen zwingen. Dass man sagt, von wegen, Alter, du musst da nicht halt irgendwie deine zwei Kilometer mit einem Transporter fahren, sondern da fahren dann halt irgendwie nicht ein Kollege, sondern da fahren halt fünf Kollegen, die haben alle Lastenfahrräder. Und dann kannst du halt einfach sagen, ja, aber der Weg ist da. Also ihr habt, das gibt jetzt keine Entschuldigen mit, wenn da fünf Leute mit dem Lastenfahrrad unterwegs sind, wird das gefährlich und nicht zu machen. Weil nur dafür ist er da. Und ihr werdet mit Sicherheit schneller. So, ihr habt keine, da gibt es ja wesentlich weniger Ampelsysteme. Genau, das war halt nicht krasse Ampels. Wo ich auch überlege, auf der Scarletzer und Kucina bin ich auf dem Rad ähnlich schnell wie ein Auto. Ich merke das als Motorradfahrer, dass ich oft halt sehe, dass Fahrradfahrer mich überholen. Ich die an zwei, drei Ampeln überhole und dann nach zehn Minuten sehe ich sie wieder. Weil ich mich halt auch nicht permanent durchschlingel. Es gibt ja auch die Motorradfahrer, die immer auf dem Fahrradweg fahren, wo ich da auch denke, das finde ich gerade assi so. Also, weil da muss ein Fahrrad da dann auch, wenn du langsamer fährst, weil vor dir ein Fahrradfahrer ist und du fährst den langsam hinterher, musst du hinter dir auch denken, oh geil, fahre ich ein Motorradfahrer hinterher. Ich meine, das Gute ist, du hast dann halt zumindest, wenn du das nimmst, die ganze Autospur. Ja. Was ja auch, ich meine, das sehen ja Autofahrer dann oft auch anders. Ja, das ist halt auch dieses Behaupten, ne? Ja, genau. Ich meine, was du als Radfahrer an einer engen Stelle natürlich auch hast. Also an der Stelle, wo die Fahrspur auf eine verengt ist, habe ich auch die Autospur. Ja. Also, es gibt dir einfach de facto keine andere rechtliche Möglichkeit. Und weißt du, wie viel Abstand eigentlich ein Autofahrer haben müsste zum Fahrradfahrer, wenn er dich überholt? Wenn er mich überholt? Ja. Du meinst seitlich? Ja, als wenn er an dir vorbeifährt. Aber das ist 1,50 zu parkenden Autos? Das ist, weiß ich nicht, ne? Das ist 1,50 zu Fahrradfahren auch. Okay. Und das ist ja selten. Ich würde gerade sagen, also ich habe 50 Zentimeter normalerweise. Und wenn ein Motorradfahrer überholt, müsste halt eine Autospur überholen. Das passiert auch nicht. Also wie oft ich halt so geschnitten werde, wo ich denke, du Ficker und ich bin halt in dem Moment in einer schwächeren Position. Und als Fahrradfahrer ist dann eh so, da kannst du halt nur schreien und das machst du halt aus Schock und dann kommt die Wut. Und nicht, weil du denkst, ihr seid alle doof, sondern das klingt gerade um mein Leben. Ja, eben genau. Ich meine, die Fahrspur wird auf eine verengt. Ja, ich muss auf die Autospur, aber wenn die Autofahrer mich nicht lassen, kann ich halt nicht. Also da habe ich halt auch, ja, wie gesagt, mit dem LKW hatte ich halt so eine 50 Zentimeter Fahrrinne zwischen dem Feierabendverkehr. Wird schwierig. Aber dann gibt es ja wieder diese Amok-Fahrrad-Kuriere, die dann gerne zwischen zwei LKWs bei Rot losfahren. Wo ich denke, die sehen euch nicht. Die können euch faktisch nicht sehen. Ja, und ich bin schneller. Wobei mein... Mein neuestes Groll-Objekt, was ich so gefressen habe, sind Radfahrer, die jedes Mal nicht am Stopp für Radfahrer stoppen an der Ampel, sondern Vorfahren für Fußgänger. Ja. Um dann von da aus loszufahren. Und an jeder Ampel aufs Neue, natürlich überhole ich die halt sofort, weil die auch immer so gemächlich unterwegs sind, an jeder Ampel aufs Neue drängeln sie sich vor. Geil finde ich auch die Radfahrer, die halt so Kreuzung fahren und dann dieses, ich balanciere mit den Pedalen auf, mit den Füßen auf den Pedalen im Stand und rolle vor und gucke nicht auf Verkehrszeichen, auf meine Position, sondern gucke auf den Verkehr, wie ich denn da durchkomme. Wenn ich so, das musst du doch gar nicht, das ist rot gerade, du Penner. So, aber ich kann jetzt, der LKW hält, ich schaff's. Und was die halt auch an Stress für sich dann aufbauen, also die kommen ja nicht entspannt an und sagen, wow, sondern die kommen wahrscheinlich fünf Minuten im Frühjahr an. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Sind halt da und sind kurz vorm Zusammenbruch nervlich eigentlich. Sind komplett frustriert und haben dann vielleicht eine OP vor sich oder so. Vielleicht so ein Dock. Na gut, aber ich meine da so, das haben wir jetzt geregelt. Ja, das haben wir geregelt. Ja, Innenverkehr. Nee, aber schön, wirklich die Infrastruktur. Wie lange sind wir Könige? Eine Woche. Okay. Was hältst du denn für, also eine Woche ist, glaube ich, wäre mal ganz geil, eine Woche Tourismusverbot in Berlin. Ja. Da musst du, glaube ich, mit dem SEK-Quatsch, musst du mit der Hundertschaft hier durch Berlin einmal fegen. Das heißt, an den Flughäfen, an den Bahnhöfen, an den großen Autobahnzubringern, überall Kontrollen, Touristen, Tschüssikowski. Sie wollen jemanden besuchen, Finger im Po, eine Woche warten. Es war Befehl Finger im Po, kein Sprichwort. Ja, Sir. Hier, wir haben den Eimer Pferde-Vaseline. Das Lied kennt man. Nee, aber, ja. Oder das würde doch hier echt mal so ein Aufatmer bringen. Also generell würde ich ja sagen, als erstes Airbnb generell verbieten. Ja, aber wenn du sagst, eine Woche, dann ist danach ja alles wieder rückgängig machbar. Ja, aber wir haben ja eine Woche jetzt mal, können wir alles durchsetzen und das bleibt dann auch erst mal in Kraft. Bleibt dann erst mal. Ja, dann würde ich aber Tourismus nicht nur für eine Woche verbieten. Dann wird es schon wieder zum Wirtschaftsfaktor. Ach, meinst du, so viel ist das in Berlin? Ja, ja. Das ist nicht zu verachten, was Berlin dann über Touristen... Dann machen wir das mit der chinesischen Kinderpolitik, dass immer nur, keine Ahnung, zwei Touristen pro zehn Quadratmeter rein dürfen oder so. Ja, okay, ja. Das ist dann rechnerisch bestimmt schnell machbar. Und dann, ja, und dann gibt es eh große Stadtteile, wo sie nicht hinwollen und da wird es in den drei, vier Stadtteilen, wo sie sich umzümmeln. Da müssen sie aber hin, du wirst eingeteilt, in welchen Stadtteilen du gehst. Oh, noch viel geiler. Und wie war Berlin? Wir waren in Malzburg. In Malzdorf, ne? Ja. Schön am Rand. Und wie, was war... Also wir sind, wir waren einmal im Bürgerhaus und dann noch bei der Apotheke. Wir haben uns die Windmühle angesehen. Und da war ein Grenzstreifen-Foto. Ach, Mensch. Da muss ich jetzt nicht nochmal hin. Ja, ist das so. Ja, das fände ich ganz gut. Ich würde dir auch tatsächlich an der U-Bahn, was mir immer so ein Dornomar Auge ist, einfach nur genau wie es in London ist, im Underground, ausschildern, auf welcher Seite der Rolltreppe du stehst und auf welcher du gehst. Also, dass dieses Verkehrsverhalten in allen Positionen einfach zu übernehmen ist, weil es so leicht ist. Und es muss ja nur wirklich überall verbindlich stehen und dann ist schon viel für den Verkehrslos an so Stationen getan. Ich habe schon mal, aber ich glaube, das war eine andere Stadtaufkleber gesehen, aber ich weiß nicht, ob das offizielle sehen, waren von wegen rechts stehen, links gehen. Das fand ich ganz geil. Oder sowas Rot-Grün oder sowas hast du mal gehabt. Ich glaube, Wuppertal oder irgendwas. Aber einfach nur so als Kampagne dafür, dass alle Leute sich ein bisschen geordneter verhalten, generell auf Rolltreppen, also nicht nur an U-Bahn-Stationen, auch in der Mall oder wo auch immer man auf eine Rolltreppe stößt. Geordneter Verhalten. Ja, aber das ist tatsächlich, das ist einfach so, dass Leute stehen dann halt auf allen Seiten rum und dann musst du dich jedes Mal vorbeidrängeln, weil halt keiner im Bewusstsein dafür hat, dass er was falsch macht da an der Stelle. Ich würde es noch ein bisschen fancier, dass da halt Treppen, Fahrtreppen, wie sie fachlich heißen, und dann hast du noch Drahtseile. Aha, fürs Runterfahren. Ja, für die, die es schneller, eiliger haben. Gut, dann sollte aber auch immer das MacGyver-Titel-Lied dazu laufen. Jedes Mal. Also wenn du da arbeitest und, keine Ahnung, Brötchen verkaufst oder sowas, du wirst kotzen. Hey, sagst MacGyver, sagst du doch einmal, sagst du doch einmal. Aber am ersten Tag ist es richtig lustig. Da jubelst du noch jedem zu. Wow, und ich arbeite hier, ihr müsst weitergehen. Sehr gut. Was lässt sich denn noch so optimieren? Die Stadt begrünen. Ach ja, das finde ich auch geil. Wir haben schon öfter über Tempelhof geredet. Nicht diese Scheiß, kanntest du noch diese Aktion, ich weiß nicht, ob die noch irgendwo existiert. Es gab mal dieses Einhekeln, dieses Gäckige, wir häkeln jeden Poller ein. Da ist aber auch richtig viel getan. Ja, und ich habe halt auch gedacht, Alter, was das, also erst mal die Arbeit, aber so nach zwei Regengüssen, was das für folgepistisch stinkende Ecken sind. Oder wenn Leute gegenpissen. Ja, ja. Womit ja zu rechnen ist, ja. Das war auch eine super Idee. Nee, also grün finde ich geil, vielleicht halt auch farblich, die Straßen halt auch echt, es gibt so viele graue Häuser noch, dass man sagt so von wegen ratzfatz, hier sind so richtig. Die machen da so Favelas draus mit so bunten Wellblechwänden. Ja, ich habe gedacht, ich meine, es gibt so viele Straßenkünstler, die, also Kunst in dem Sinne malen können und nicht irgendwie dieses Bescheute rumtacken und bomben, sondern dass dann halt echt richtig geile, lustige Bilder dann halt in einzelnen Straßenzügen, nicht auf einer Häuserwand, sondern, ja, weiß nicht. Erst mal die ganzen Klassiker werden nachgemalt oder so und das nicht nur hier bei der Eastside Gallery, sondern in ganzen Straßendingen. Das würde sich vielleicht auch so verteilen für den kleinen Tourismusbedarf oder Anteil, der noch da sein darf. Wir sagen von, ja, geht ihr doch mal in die Pimmelheimer Straße. Denn da ist. Das ist ein Bild des großen Gliedes. Genau. Liegend und stehend. Ich hätte auch gesagt, ich habe neulich einen BBC-Beitrag gesehen. Es gibt so einen vertikalen Garden in Italien, Florenz oder Verona oder Mailand. Aber es ist halt ein Hochhaus und die haben halt außen einfach so eine richtig satte Begrünung. Also da ist halt auf jeder Etage so ein kleines Plateau und da ist halt wirklich ein Baum da. Paris will jetzt doch das größte Urban Gardening Projekt Europas. Sowas zum Beispiel fände ich auch ganz geil. Und die sagen von wegen, wo wir halt einfach Nutzpflanzen, nicht von wegen Grün, sondern wir bauen hier Möhren, Kartoffeln. Und alles, was hier wächst, auf den Dächern, überall an. Und dann haben wir hier gar keine Transportwege mehr. Und dann hast du halt einfach deine Kartoffeln und sonst was, holst du dann unten beim Spieltür, keine Ahnung. Oder hast du dann gesammelt bei Discountern. Aber generell erst mal das Projekt. Das ist das von wegen, es ist alles Städte. Ich meine, klar, würden manche sagen, die ganzen Abgaseblasen, der schöne meiner Kartoffel drin. Ja, aber ich weiß nicht, ob es auf dem Land größtenteils so viel besser ist. Also ich habe... Also was die Abgase angeht, ja, aber... Beim RBB gab es so einen Bericht über Brandenburger Tomaten, der hat gesagt, nicht kaufen. Also hat der Spezialist gesagt, das ist so ein nitratverseuchte Böden. Ja, genau. Genau, wäre es kaputt. Also was du dir da reindrückst, wenn du die isst... Und das heißt ja auch immer, der Stadthonig ist besser als der Landhonig. Ja. Also, ja, genau, sowas. Oder auch einfach, dass du Fassaden halt mit Efeu oder wildem Wein begrünst. Ja. Was halt auch einfach... Könntest du jetzt hier über Nacht auch mal machen. Überall Efeu und wildem Wein nochmal pflanzen, bevor die Steine kommen. Ja, aber ich meine, was das an CO2 aus der Atmosphäre zieht, wenn einfach mehr Häuser wirklich begrünte Fassaden hätten. Und was auch die Häuser im Sommer kühlt. Stimmt. Weil das halt schattenspendend eine Temperatur abfängt. Ja. Ja, es gibt doch eh so geile Energiehäuser, Modelle in, weiß nicht, Österreich, Schweiz und sonst was, dass man das übernimmt. Also da gibt es ja auch Hochhausprojekte, die tausendmal geiler sind. Gibt es halt diese... Also nicht halt irgendwelche traurigen Platten, sondern wo dann halt oben auf dem Dach so ein Gemeinschaftspool ist, Gemeinschaftsfernsehsender, bla bla und alle miteinander. Und du hast halt so ein krasses Gemeinschaftsgefühl bei tausend Menschen, die da wohnen oder was? Genau, das spricht ja auch nichts dagegen, dass man, das ist ja auch so ein Berliner Ding, mit dieser Umgebungshöhe, dass du halt nicht höher bauen darfst als die Umgebungsbebauung. Dass du einfach sagst, ja, wir könnten auch höhere Wohnhäuser bauen, wenn die halt wirklich human gebaut sind und nicht so wie die Plattenhochhäuser hier. Ja, aber es ist dann halt auch echt ein bisschen Aussicht, ne? Also ich meine, wir haben jetzt hier schon harte Blicke, du guckst nach vorne und hinten immer schön auf Häuserwände. Und das ist jetzt ja auch nicht traumhaft, das würde dann für jeden gelten irgendwann. Und das ist natürlich... Ja, aber ich meine, du hast halt auch noch trotzdem viele freie Fläche. Also zum Beispiel, das spreche ich ja nichts dagegen, ist da dieses weiße Bonzenhaus an der Strahlerallee, The Great White. Ja. Das könnte halt doppelt so hoch sein. Ja. Locker. Da hätte es auch niemandem wirklich die Aussicht genommen. Ich meine, hier wäre es auch schon schön, wenn einfach der Innenhof vertikal begrünt wird oder sowas. Also das fände ich... Und zumal da vielleicht konzentriert er, wo dann halt der Treppenflur ist, wenn dann halt ein bisschen was in die Fenster geht. Ja, genau. Oder Krabbelviecher kommen oder so. Ich meine, du kannst ja auch sonst den Leuten einfach das Recht geben, die Fenster freizuhalten. Ja, ja, klar. Also sprich nicht. Ich dachte halt nur, da krabbelt dann halt ordentlich was rein. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, ja. Das ist ja schon geil. Also genauso auch auf Dächern. Ja. Dass die Dächer halt irgendwie dann mit Eva und so überwuchert werden können von oben. Ja. Wenn du halt noch so ganz traditionelle Dächer hast. Ja, Tempelhof hatte ich eben nochmal kurz erwähnt. Ja. Das war auch mal Tempelhof. Die im Flughafengelände. Nicht im Bezirk. Also ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die sich ganz jährlich da engagieren mit kleinen Gartenbrücken und sowas. Das finde ich auch ganz cool. Ja, das ist ja nur am Rand. Genau. Aber die ganze freie Fläche wird halt nicht in dem Sinne genutzt. Und nur damit im Sommer dann halt irgendwie zwei Monate lang Leute, die ja, weiß ich nicht, karten können. Genau. Irgendwelche Bordscheiße da ausprobieren und sagen, das muss frei sein. Finde ich halt schwierig. Also ich meine, klar würde ich jetzt nicht allgemein bebauen, sondern dann halt irgendwie soziale Bauideen da halt verwirklichen oder, weiß nicht, es gibt halt so viele infrastrukturelle Gebäude, die halt fehlen. Kindergärten, Schulen, etc. Ja, du hättest auch immer noch genug Platz für einen großen, schönen Park. Ja, ja genau. Du kannst halt irgendwie einen schönen Erlebnispark halt machen, wo du halt echt geile Baumarten reinkriegst, die halt irgendwie klinikmartechnisch, dass sie auch alles stemmen können. Ja. Also Palmen, Avocado-Bäume. Ja, so in Köln. Kommen ja bald alles. Was war es, der Ginko oder Ginseng? Genau, Ginko. Ja. Sowas. Was hältst du denn von freier Nutzung des öffentlichen Nachverkehrs? Ja, ist eine schöne Idee. Meinst du, man würde den Straßenverkehr da ein bisschen mit entlasten? Ich glaube, man könnte es stärker subventionieren. Also frei, glaube ich, ist gar nicht unbedingt notwendig. Aber dass du es mehr bezuschusst, dass du halt einfach vor allem Leuten, die regelmäßig fahren, das günstiger machst und dann sagst, ein Monatsticket kostet generell 30 Euro. Ja. Also ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Könnte sich was von reißen. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, ganz umsonst müsstest du es gar nicht machen, aber wenn du die Preise halbierst, wäre schon viel getan. Mhm. Und das auch ausbauen wäre so eine Sache. Ja. Und ich würde einfach auch gnadenlos sagen, die S-Bahn gehört jetzt zur BVG und nicht mehr zur Deutschen Bahn. Das würde, glaube ich, auch für die S-Bahn, weil die S-Bahn ist halt einfach viel fehleranfälliger, fällt viel öfter aus. Ja. Aber ich meine, die BVG verspätet sich auch manchmal. Die BVG baut auch manchmal scheiße, aber nicht in dem Rhythmus, in dem die S-Bahn das macht. Mhm. Und es gab ja immer schon mal wieder so Versuche, das anzugliedern. Und die Deutsche Bahn sagt ja, ja, könnt ihr machen, aber dann habt ihr keine S-Bahnen, weil die gehören uns. Ja. Dass man da halt einfach einen Riegel vorschiebt und dann wirklich das als einen Dachverband führt und halt auch ausbaut, was die Struktur angeht, die Taktung, die Streckenführung. Ich glaube, so große, dunkle Ecken gibt es eigentlich nicht, was die Netzanbindung angeht. Das ist schon ziemlich gut. Also ich meine, wer das damals erzählt, weiß nicht, ob es Dustin war oder Peter, dass halt nach Berlin eigentlich nur noch London kommt mit so einer großen, super Erreichbarkeit in allen Bereichen. Also erst mal dieses Ring, die Ring-Idee und dann diese Verästelung mit ins Kleinste, Bussen, wo du halt echt, du kommst ja in jede Scheiß-Ecke. Ja, ja, genau. Also du läufst ja echt, wenn du stur immer dann auch noch mit dem Bus weiterfährst, was man manchmal gar nicht macht, sagst, ey, komm, ey, die 10 Minuten kann ich laufen. Ja, genau, da gehe ich lieber 20 Minuten, als hier 5 Minuten auf dem Bus zu warten und dann 5 Minuten. Aber eigentlich kommst du halt überall hin und läufst halt nie länger als, weiß nicht, eine Viertelstunde dann, wo du hin willst. Maximum. Ja, was hältst du denn an zum Beispiel Photovoltaik-Zellen an allen öffentlichen Gebäuden dran, Klitsch? Ja. Wenn du sagst von wegen hier und ein bisschen, das würde sicher nicht alles, aber… Ja, na klar, das ist eine super Idee, vor allem, weil Berlin ja sonst keine Energie richtig erzeugen kann. Ja. Also ich meine, du kannst ja keine Windräder aufstellen in der Stadt. Ja. Du kannst ja kein richtiges Kraftwerk mitten in die Stadt stellen, was, also was du so nicht solltest. Aber, ne, nee, aber ja, Photovoltaik-Zellen sind eine gute Idee, ja. Also das auch, haben nicht die Haltestellen das alles schon? Manche. Oder manche. Da könntest du auch sagen, dass sie einfach sagen, nee, das sind jetzt alle, Punkt. Das wird jetzt einfach investiert, fertig. Ja, da gibt es zum Beispiel auch andere Ideen. Ich glaube, in Hamburg ist es, dass die ganzen Bushaltestellen alle begrünt sind, die Dächer. Und somit halt dann Bienen und so ein Zeug dann ranholen. Ja. Ja, weiß ich nicht, dass man das irgendwie so… Ja, ich glaube, Berlin ist aber insgesamt ein bisschen grüner. Also ich glaube, die Photovoltaik-Zellen werden hier wahrscheinlich an den Haltestellen sinnvoller, als da noch ein bisschen zu begrünen. Ja. Oder? Ich habe Hamburg jetzt nicht als so grün in Erinnerung. Ich kenne auch eine, wie heißt das, Blom und bla, dieser Park. Ja. Ja, ja, ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Aber generell, ja, also ich meine, wenn man die ganzen Haltestellen, wir haben ein ganz öffentliches Gebäude, dann könnte man es noch so funktionieren, irgendwie, dass die ganzen Privaten oder vielleicht alle Genossenschaftswohnungen oder Häuser müssen halt auch… Ja, das wäre nicht so ein Problem, das durchzusetzen. Wir sind ja Könige. So, der ganze Alex links, rechts, alles vollgeklatscht damit. Irgendwas lustig, dummes noch? Wir haben jetzt sehr nachgedacht in den ganzen… Vielleicht irgendwas für die Unterhaltungsindustrie. Für die Unterhaltungsindustrie. Naja, das machen wir mit Theatern, Kinos und so. Ja. So wie Zurück in Zukunft 2, als dieser Trailer, dieser 3D-Trailer vom Weißen Hai 25 kam. Der muss vor jedem Kino laufen. Oh, der sieht immer noch unecht aus. Der sah doch sehr schlecht aus im zweiten Teil. Gut, aber ich meine, dafür, dass es war 85, 86, 87 gedreht. Der zweite? Ja. Echt? War noch in den 80ern? War es 88, ich glaube schon. Oder war es 89, 90? Ich hätte jetzt gedacht, es war Anfang 90 gewesen. Na, aber trotzdem, ich meine, auch da gab es keine groß 3D-animierten Filme. Ich würde tatsächlich sagen, dass Kino im Sony-Center bleibt. Das ist meine königliche Entscheidung. Und das Szenenstar im Sony-Center muss raus. Zum Ende des Jahres. Echt? Wieso? Ja, weiß ich nicht. Weil es offensichtlich nicht genug Gewinn macht, um eine Miete zu zahlen. Aber es ist ein bisschen schade, weil es ein Kino ist, wo du eigentlich sagen müsstest… 89. 89. Das könnte die Szenenstar-Kette sich leisten, das zu subventionieren, weil es ja auch als Premierenkino genutzt wird. Ist doch auch so ein Prestigeding von denen, oder? Ja, eben, genau. Haben die irgendwie noch ein vergleichbar krasses? Wahrscheinlich in Hamburg oder München oder sowas? Ja, also in Berlin auf jeden Fall nicht. Dieses Ding da am Mercedes-Benz-Platz ist halt… Außer man ist halt das Einzige, was durchgehend auf großer Leinwand Originalversionen zeigt. Aber da zum Beispiel würde ich auch sagen, dass halt die Kinokultur sich ein bisschen auflockern könnte. Also in Hannover war es damals definitiv in den 90ern, dass nicht CineStar, sondern Cinemax wurde halt groß und hat halt alle kleinen Kinos geschluckt. Somit wurde es halt alle einheitliche Scheiße und wir hatten früher so viele geile Kinos und die konnten halt nicht überleben. Und dass man sagt von wegen, ja, hier so ein bisschen Monopol aufpassen, so Kartellamt-mäßig sagen hier, Freunde, ihr könnt ein Kino in der Großstadt haben, aber ihr könnt nicht 20 in der Großstadt haben. Ihr habt in Berlin halt drei. Guckt, wo ihr sie hinhaben wollt und der Rest ist halt frei und jeder darf so, dass halt keine Ketten alles totmachen. Diese Akkaden-Komplexe. Also ich würde Malls verbieten. Diese Mall-Scheiße. Und die immer weiter wächst. Ich meine, wir haben hier irgendwie diese eklige große Mall da an der Warschauer und es wird ja hier am Ostkreuz auch noch gebaut für so ein Mall-ähnliches. Also Einkaufscenter soll da hin. Ich weiß nicht, ob es ein Mall, aber das ist das gleiche in klein. Wir hatten ja generell schon eine am Treptower Park, wo du doch sicher bist, alle Leute, die halt aus unserem Einzugsgebiet dahin gegangen sind, gehen halt jetzt lieber in die Eastside Mall an der Warschauer, weil die näher ist. Wenn ich da drin bin, also auch diese traurigen kleinen Läden, diese Luft, dieses Licht da drin, das ist halt alles scheiße. Diese Miesenfranchise-Läden und die traurigen Gesichter, die da arbeiten müssen. Auch die traurigen Menschen, die da manchmal irgendwie drin, also wer setzt sich in einem Mall in so einer Halle unten in so einem Café und guckt sich da nach oben. Im Food Court. Und dann halt 50.000 Menschen um einen herum, alles total laut, irgendwelche traurigen Studenten, die dir halt irgendwas servieren in irgendein industriell Fertig-Scheiße. So nichts ist… Vor allem, ich muss ja öfter mal rein, um Bargeld abzuheben, weil meine Bank da ist. Deine Bank. Nee, aber ich erwähne, es ist halt echt eine Zumutung, auch architektonisch, auch halt den Städten sowas zuzumuten, dass du halt sagst, du hast alle 500 Meter eine Mall. Ja. Also ich meine, das kann ja auch… Es ist ja auch für den… Du hast ja hier bei uns im Kiez wirklich auch schöne individuelle Läden für Taschen, für Kleidung, für alles Mögliche. Das verteilt sich ja über mehrere Straßen hier. Mhm. Und die ziehen denen natürlich auch die Kunden weg. Also gerade die Touristen, die vielleicht sonst mal sagen würden, ja, dann stöber ich lieber in so einer Einkaufsstraße mit irgendwelchen individuell gefertigten Sachen. Dann sagen dann auch, ja, dann gehe ich einfach in die Mall und gucke mir da was an. Also ja, das auf jeden Fall auf ein Minimum reduzieren. Ich finde ja, an so ein paar großen touristischen Orten kann es ruhig welche geben, am Alex, am Potsdamer Platz oder so. Da dürfen wir nur Touristen rein. Diese Touristen, die wir dann an der Autobahn und am Flughafen direkt da hinschleusen. Das ist Berlin, da habt ihr das gesehen, ciao. Was machen wir denn mit den Malls, die wir geschlossen haben? Das wird, also eine wird ein riesiges Spaßbad. Ich hätte eine Ice Curling Halle gesagt. Was? Das können wir ja kombinieren. So ein Bad mit so Glasfliesen, dass man taucht und sieht unten die Leute curlen. So ein Monster, so ein Energiemonster, was komplett einfach in so Photovoltaikplatten eingewickelt ist, damit sich einermaßen diese Energiekosten wieder amortisieren. Ey, vor allen Dingen. Was hatte ich, hatte gerade verdammte, genau, ich habe gedacht, in ganz Berlin muss man überall, wo man halt im Einzelhandel ist, Geschäft, Restaurant etc., muss man Bargeld loszahlen dürfen. Ja, ja, finde ich gut. Und egal was, aber was einfach ist, was jeder hat, von mir, Auge und Iris und, ach du scheiße, wie eine Motte, Grüße von letzter Woche. Klaus wird schon wieder wahnsinnig, setzt den Hörer ab und geht jetzt auf die Jagd. So wird, der hört jetzt gleich ein Klatschen. Ja, das war da. Jetzt hat er irgendwie so eine LED-Rundleuchte kaputt getreten und geht zufrieden langsam wieder auf sein Plätzchen. Jetzt redet er mit sich selber, seinem Schuh, ich weiß nicht. Und der ist auch schon wieder. Hier ist Klaus wieder. Das ist so geil, wenn dieser Typ, der manchmal so feingeistig redet, komplett zum Hund wird. Ich hätte eher Katze gesagt, ich brauche mal so ganz große Pupillen dann plötzlich. Ja, aber Katzen sehen manchmal so intelligent aus dabei. Ja, aber halt, wir zahlen nur noch mit Daumen oder Auge. Ich akzeptiere ja auch, dass man mit Karte oder Telefon überall zahlen kann. Ja, aber ich meine, echt bitte diese Möglichkeit. Ich will, dass andere nicht verbanden. Bitcoin kommt. Apropos, ich gucke mal ganz kurz. 7,3 tippe ich. Oh Gott. Warte, ich habe es noch nicht geschaut. Ich sage jetzt mal 6,7. Was? Unter 7? Ja. Ich habe letztens geguckt, da war es noch 7 irgendwas. Unter 7 wäre jetzt. Stimmt bei einer Million. 7,7. 100.000, here we go. Ich mache es mal schnell wieder zu. Es frustriert einen, oder? Ja, aber sowas zum Beispiel. Ich will halt auch gar nicht. Das fand ich beim West Highland Way, als ich die Schweden kennengelernt habe, da haben die gesagt, in Schweden gibt es so ein eigenes Bezahlsystem, was nur auf so einem Zahlencode funktioniert. Und du kannst halt, also jeder hat das. Jeder kann sich das irgendwie kostenlos halt irgendwie einrichten. Und da wurde dann irgendwann mal morgens geweckt und da haben ihn halt irgendwelche Pfadfinder angeklingelt und haben irgendwelche Kekse verkauft für, weiß nicht, gute Zweck so. Und er stand da halt so besoffen oder verkarte an die Tür und meinte, ah, Geist, tut mir voll leid, aber ich habe gar kein Geld. Und dann hat er gesagt, wir haben auch, keine Ahnung. Und dann haben gesagt, hier, können Sie Ihren Code eingeben? Er hat gesagt, scheiße. Weil sie wussten, jeder hat das. Ja. Und dann hat er so ganz missmutig dann, ne, ne. Und dann meinte, hier können Sie den Betrag? Ja. Und dann meinte er, das ist halt überall. Und das haben teilweise sogar Obdachlose eingerichtet, dass die halt dann, weil diese damit halt auch gezahlt wird und sowas, dass die halt auf ihren Kärtchen halt auch einfach eine Nummer haben und Leute dann halt, wenn sie wollen, mit dem Handy dann quasi vor dem Obdachlosen ihnen Geld überweisen können, was schon bizarr klingt, aber. Das ist ein bisschen seltsam. Oh ja. Ja. Ja, und damit können die sofort, ja. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie ausgereift es ist, weil ich auch gedacht habe, brauchst du ja noch irgendeine Identifikation. Weil du kannst super schnell irgendwelche Leute bedrohen, hast die Nummer und dann hast du halt das Polen offen. Oh ja, bitte, es ist die Nummer neun. What? Ja. Ich höre ganz früh dran. Dass man das vielleicht auch verbindet mit Auge und Nummer oder so. Aber halt echt dieses Bargeld. Ich will nicht mehr Geld anfassen. Ich mag das nicht. Oder was ich auch lustig finde, ich glaube in L.A. war das, da ist der erste Lidl ohne, also ich will das nicht verbannen, aber ohne Angestellten eröffnet worden. Das glaube ich, haben wir auch mal drüber geredet. Ja, einfach nur, dass du eine Registrierkasse hast. Genau. Und du gehst halt einfach nur rein und du zahlst halt nicht und musst dir keine Karte raus, sondern mit deinem Chipcode oder irgendwas weiß man von dem, ach, der Kunde Pimmelmeier. Okay, dann bleibst du halt so drin, wie du drin sein willst, so wie wir, dann mal drei Tage und dann gehst du halt raus und dann ist halt sofort das von deinem Konto rumgepimmelt. Ich habe zwei Punkte, die wir auch schon mal angesprochen haben, verbunden damit. A, hat so eine Pflicht, dass E-Tank, E-Zapfsäulen eingerichtet werden an Supermärkten. Und an irgendwelchen anderen öffentlichen Einrichtungen, jeder Parkplatz von der Behörde. An den ganzen Bushaltestellen, wo wir unsere Fotovoltaik. Ich weiß nicht, ob es da nicht eher stört, wenn da Leute ihren, also halt dann mit dem Abstand, aber ja. Aber trotzdem, dass du halt einfach so eine E-Zapfsäulenstruktur einrichtest und WLAN, gratis WLAN in der Stadt. Es gab ja schon mal so Pläne, die dann verworfen wurden, dass jede Laterne WLAN überträgt. Ja. Warum nicht flächendeckendes Internet in der Stadt? Ja. Also Lidl hat ja jetzt auch einen Hotspot für Kunden. Dieser Lidl hier. Lidl hat einen Kunden-WLAN, ja. Das ist ja lustig. Frei, offen oder muss der irgendwie? Ich weiß nicht, ob es an die App geknüpft ist. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, eigentlich musst du dich nur einloggen. Aber, ja, naja. Also wenn ich überlege, ich war halt irgendwie in den kleinsten Städten irgendwo, im Ausland und plopp, überall wirst du. Ja, natürlich. Das kostet doch niemanden was. Es ist halt nur so ein deutsches Ding. Afghanistan ist schneller als Deutschland, ne? Afghanistan, Albanien. Deutschland ist furchtbar. Also irgendwie auch so ein Vergleich irgendwie, was die mobilen Preise kosten. Es ist lächerlich, wie Deutschland da abschneidet. Sowas. Sowas wäre auch echt gut. Ja. Ja. Genau, sie würde einfach sagen, ja, wir bauen halt eine vernünftige WLAN-Struktur in der Stadt auf, dass du halt wirklich überall WLAN hast. Ja. 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 Ich würde zum Beispiel auch noch diese kleine Sache, die mich so ärgert, vorne ... Da habe ich ihn erwischt. Ja, das wäre ganz gut. Vorhin dieser kleine, dumme Park, wo sie halt diese Spielkletter-Ton-Action für Kinder aufgebaut haben. Sie hat gesagt, wenn ihr sowas baut, könnt ihr alles gerne machen, aber es muss definitiv daneben oder auch nutzbar sein für Erwachsene. Also ich finde das so frech, dass deine Klimmzugstange halt irgendwie bis 1,50 hochgeht. Da ist es jedes Kind ab sieben ist schon genervt damit. Ja, aber die Kinder haben ja auch keinen Bock darauf. Ja, das macht ja auch keiner. Ja, das war ja auch auf dem Plan, dieser Bebauungsskizze, da war es ja eindeutig ein Sportplatz für Erwachsene. Ja, ja. Das halt auch. Das kannst du überall lernen. Beispielsweise von Polen, keine Ahnung. Da ist in jedem Park, hast du fest installierte Fitnessgeräte und die nicht so ein bisschen ... Also ich habe das jetzt in Hannover gesehen, da haben die so ein bisschen verändert. Und da hast du ein paar Sprungdinger, wo halt Kinder drum herumhüpfen oder halt diese komischen, wie heißt diese Cross-Trainer? Und das sind dann so alle Sachen. Aber es gibt halt schon so viele geile Sachen, dass du mit dem eigenen Körper gewünscht wirst. Genau, du sitzt ja drauf. Genau. Und so eine Dinger gibt es seit Jahrzehnten in anderen Nachbarländern. Und du kannst dich in jedem Scheißpark, kannst du dich komplett trainieren und nicht nur in eine Klimmzug schlagen, sondern alles. Alles ist da. Und das wäre ich auch Pflicht, überall Pflicht. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute alles so träge, sondern wenn du das überall hast, dann wirst du dann auch einfach mal ausprobieren. Dann wird der Typ nicht irgendwie warten, bis dann Malte Malte Sören halt eine halbe Stunde auf dem Spielplatz gespielt hat und wird jetzt in seinem Handy rumpimmeln und irgendwann sagen, ja gut, dann kann ich jetzt hier kurz auch aufs Fahrrad steigen oder auf den Cross-Trainer oder irgendwas. Ich sehe den ja immer noch. Und ich habe da vielleicht auch eine Handyhalterung und kann dann wie, aber ich mache dann auch was ein bisschen und fühle mich dann auch ein bisschen besser. Öffentliche Trinkplätze, dass du halt überall dazu halt öffentliches Trinkwasser so. Das ist halt auch, das ist da auch alles drin. Ja, vor allem das, was das Berliner Wasser halt für eine Qualität hat. Ja, genau. Also du machst dann quasi Werbung für die Stadt mit sowas. Genau, da könnte die städtische Wasserversorgung dann halt im Werbung drauf klatschen und so. Und dann Sponsoring bei ist ja scheißegal. Da kann sich ja jeder dran ein bisschen veredeln, wenn er will. Aber wenn ich überlege, irgendwie als ich in Warschau war, in jedem Park hast du dann halt Wasser und Geräte und das ist so. Ja, genau. Und hier wird mit den Sachen vollkommen unnötig gegeizt. Ja, es ist echt so dumm Scheiß. Ich meine, wir haben halt in unserer kurzen Trainingszeit auf der Strahlober Halbinsel gesehen, wie sich Spielplätze verändert haben, was sie da neu abgerissen haben. Dinge, die doch voll in Ordnung waren. Und dann halt komplexe Kleinstspieldinger für Kleinstkinder hingebaut, die nach fünf Jahren scheiße sind so. Ja. Weil da halt irgendwas abbricht, ab sowas, aber nichts Robustes, wo man, und die ganzen Eltern können da höchstens irgendwie mit rumbuddeln oder sitzen. Das war's. So, und denkst, verbindet doch alle Generationen. Und da ist es jetzt, da sind ja noch nicht mal Kinder verbunden bis 16 Jahre, sondern da ist echt nur von, weiß nicht, von drei bis sieben kannst du das spielen. Und dann ist es scheiße. Ja, genau. Und der war ja vollkommen intakt, der Platz. Ja, und du konntest da richtig was machen. Das ist ja noch so ein Schlag ins Gesicht. Also wenn ich überlege, dieses, was auch immer das war, dieser komische, wackelige Griff, wo wir da echt alles machen konnten und jeder konnte da rumpimmeln. Ja, was für eine Klimmzugübung an so in diesem wackeligen, hin- und herschaukelnden Monstrum. Das ist echt, oh. Wir nähern uns langsam der Stundenmarke. Echt? Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viele Ideen rausgehauen. Machen wir noch sowas mit dem Fleischkonsum. Das wäre vielleicht so das Letzte, was mir noch einfällt. Ja. Dass wir tatsächlich dann sagen, statt dem fleischlosen Mittwoch in den Kantinen gibt es nur noch Fleisch an einem Tag. Ja. In Kantinen. Also anders können wir es ja erstmal nicht, also können wir schon vorschreiben. Das wäre jetzt mal so eine Pauschallösung. Also man könnte es natürlich alle Restaurants und sonst was, also überall, wo du dann halt deinen Mahlzeiten hast, sagst von wegen, klar würden die Leute dann wahrscheinlich alle freitags abdrehen so und sich dann halt endlos vollpumpen, aber okay, du musst halt nicht jeden, und du kannst dir immer noch im Supermarkt alles holen, aber du sagst von wegen, es ist immer noch ein Genussmittel. Also du gehst nicht kaputt, wenn du nicht jeden Tag dir halt deine Wurst reindrückst. Ja, und apropos, wie ich sage mal, durchsetzen, Rauchverbot konsequent. Also bitte in allen Kneipen und allen öffentlichen Dingern. Ich bin auch auf dem Bahnsteig nicht, hier, der Bahnsteig ist draußen, es gibt hier einen Raucherbereich, nee. Ja, also das finde ich auch so assi, zu sagen von wegen, hier, dieser Würfel, der dürfte rauchen, drei Meter neben, sitzt halt die schwangere Frau und sitzt im Außerhalb. Ja, wie habe ich gehabt, es ist die Öffentlichkeit, es ist der Wind, du Penner. Ja, genau. Ach, du noch irgendwas? Ich habe gerade gedacht an so Straßenfeste, beziehungsweise Kiezfeste, sonst was, halt um mehr so ein gemeinschaftliches Gefühl. Also sehr viel Ellbogen hier, sehr viel jeder auf seinen Weg so bedacht, dass man halt öfter mal halt, weiß nicht, halbjährlich oder sowas, so ein Fest hat, wo dann halt Straßen dann halt feiern, um halt einfach zu sehen, wer ist da, was machen die Leute, bla, bla. Oder einfach nur so ein Kennenlern-Ding, weil ich habe das Gefühl, dass es so komplett weg so ist. Oder jeder ist kurz da, zieht, was er braucht und ist wieder weg. Auch das kann man ja machen, aber man kann sich ja irgendwie einbringen in irgendein Gemeinschaftsding, dass dadurch dann halt auch irgendwelche Sachen organisiert werden, so wie im Kleinen, wo du sagst, ich passe bei dem auf eine Katze auf oder sonst was. Gibt es ja hier schon so Ansätze, dass irgendwie, glaube ich, hier so eine App oder irgendwas, habe ich öfter mal so einen Flyer. Genau, ich weiß auch nicht, wie die heißt, aber nebenan.de oder so. Ja, irgendwie sowas, dass sie sagen, von wegen, dass man halt sich da registriert und sagt, von wegen, ey, man muss sich kein Werkzeug leihen, man muss nicht kaufen, man muss sich diesen Scheiß und sonst was, sondern wir teilen uns was als Gemeinschaft. So, und wenn das halt kaputt ist und uns das, ja, dann wird sich jemand finden, der das wieder ersetzt. Klaus, kauf dir endlich mal einen neuen Exzenterschleifer. Hast du gesehen bei Lidl? Ja, das ist doch genau der, den ich habe. Echt? Ich glaube schon. Also vielleicht so minimale Änderungen, aber so prinzipiell ist es der. Ich finde der Exzenterschleifer echt, also. Also eigentlich ist es nur das Multitool, was mich so ärgert, dass ich es damals geholt habe. Ja. Weil ich kriege es nicht kaputt und es ist so dumm. Ja, es ist so eigen. Du hast die Möglichkeit, irgendwie mit so einer riesigen Bärenpranke etwas abzuschleifen oder halt mit einem Highheel-Punkt unten so. Ja, vor allem dieser Highheel-Punkt schleift halt einfach auch nicht richtig. Also der Exzenterschleifer schleift halt viel besser. Also, ja, du kommst da nicht in die Ecken rein, aber da kannst du auch mal das Blatt einfach knicken und das kurz per Hand machen. Ja. Ja. Gut, ne? Öffentliche, irgendwas Dummes noch, sowas wie öffentliche Füchs-Futterstellen? Wir haben so viele Stadtfüchse, die immer den Mülleimer in Zehlendorf aufreißen. Ja, die offiziellen Stadttiere werden Füchse und Waschbären, die wir überall strategisch in der Stadt aussetzen. Und Wildschweine. Gott, Wildschweine. Irgendwas, was dagegen läuft. Weiß nicht, sowas wie ein Nilpferd oder sowas. Nilpferde sind tödlich. Extrem schnell. Nicht, wenn du im vierten Stock wohnst. Hast du schon mal einen Nilpferd im vierten Stock gesehen? Ich nicht. Nilpferde können deutlich schneller schwimmen und laufen als Menschen. Das heißt, deine einzige Chance, die beim Triathlon zu schlagen, ist auf dem Rad? Keine dummen Wassertouristen mehr. Schöne Nilpferde in die Spree. Die sterben da drin. Was denn? Erst sind sie tödlich, dann sterben sie da drin. Wie sterben die jetzt in der Spree? Ist dir das zu kalt? Trink mal einen Schluck davon. Ach so meinst du das. Können wir ein paar Kohletabletten vorher reinhauen? An jeder Brücke kommt so ein Filtersystem ins Wasser, damit die Nilpferde überleben. Jetzt zum Abschluss mal dumm. Ja, gut. Kann ich grob mit leben. Dafür müssen wir haben. Ich dachte ja, aber sobald die an Land kommen, gibt es SUVs verbieten in der Stadt. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erstmal verbieten und jeder, der einen hatte, muss zwei Jahre lang mit dem Schild, ich habe einen kleinen Penis um den Hals rumlaufen. Doppelte Steuer. SUVs auf jeden Fall. Was dummes, ey. Diese Menschenpanzer. So sollten sie auch genannt werden ab heute. Naja, war doch vor kurzem. Neunzeh des Menschenpanzer. Diesen Unfall, wo da halt irgendwie Oma mit dem Kleinkind und die Mutter hat das gesehen und sowas. Klar, der Unfall wäre auch passiert, wenn du halt ein Smart hättest, aber der hätte vielleicht was überlebt. Ja, das ist halt, ich meine, ja, also bei Unfällen, aber halt auch von der Umweltbilanz, es gibt halt einfach keinen Grunde. Gar nicht. Mein erster Punkt, die Verkehrsinfrastruktur. Du hast halt, wenn du einen parkenden Streifen hast und ein Auto ist drei Meter breit, dann hat alle anderen ein Problem. Ja. Ach so. Du siehst auch immer diese nervösen Fahrer, die mal in so eine Straße wie unsere reinfahren und wollten da gar nicht rein. Und dann siehst du halt, ich kann die ja gar nicht wenden, weil ich, ich hab einen Panzer, ich, oh Gott, ich steig aus und kaufe hier einen neuen, der in die andere Richtung fahren kann. Was machen denn Nilpferde mit Menschen, weil du sagst, sie sind töten. Töten. Ja, wie denn? Jetzt zeig dir mal ein Video. Ich will nicht ein Video sehen, wie Nilpferde ein Mensch töten. Will ich nicht sehen. Ich will das nicht so. Ich will das nicht. Nilpferd. Jetzt googelt er, wie Nilpferd Menschen. Tötet Menschen. Bestimmt nicht essen. Nilpferd tötet fotografierenden Touristen. Mann wurde von Nilpferd verschluckt und hat überlebt. Siehst du? Gefährlichste. Die haben halt einfach so ein krasses Maul. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Aber die können die Wildschweine essen. Nilpferde sind die gefährlichsten Tiere Afrika. Afrikas. Ja, Afrikas. Da steht es. Anderer Kontinent. Keines tötet mehr Menschen. Doch sie werden dich nicht fressen. Sie ernähren sich nur von Gras. Ach ja, tausend. Siehst du? Dann ist das ein Missverständnis. Wenn die mich nicht töten, weil sie mich essen wollen, dann haben die Angst vor mir. Und deswegen reagieren die ein bisschen aggro. Warte mal. Sind leicht reizbar Boote, die sich auch nur in die Nähe eines Hippos wagen, werden als Gefahr gesehen. Mit ihren mächtigen Eckzählen sind Tiere im Besitz einer tödlichen Waffe. Das heißt, die verschwenden auch noch dein süßes Fleisch. Ja gut, dann keine Nilpferde in die Spree. Nee, jetzt haben wir sie schon bestellt. Okay. Müssen wir auch was damit machen. Ja. Wir machen eine große Parade und erklären aber, höret her, höret her, höret her. Ab heute haben die Könige Klaus und Dirk in ihrer absoluten Weisheit diverse Nilpferde in die Spree entlassen. In der Gesamtsumme waren es 309. Sie sind zur Erheiterung und zur Steigerung des allgemeinen Stadtbilds hierher. Bitte vorsichtig, Bürger von dieser Stadt, denn sie könnten euch essen. Bitte bedenken, im Wasser sind die Nilpferde schneller als ihr. Ab heute heißen sie Spreepferde. An Land sind die Spreepferde schneller als ihr. Standing Paddling ist hiermit verboten. Das ist der SUV des Wassers. Viel Erfolg noch. Versucht mal eine Erdnuss nach dem Flussbeer zu werfen. Vielleicht hilft das. Können die auch gar nicht kauen. Die müssen sie auch nicht kauen. Wir übernehmen keine Garantie. Was haben die denn da von der Erdnuss? Also du isst doch damit. Ja, das ist deine, wirf sie halt. Besser als keine Erdnuss. Wenn du dich, pass auf, du stehst jetzt alleine gegen ein Flusspferd. Willst du die Erdnuss oder nicht? Ich stehe allein gegen ein Flusspferd. Ja. Was soll denn das heißen? Das Flusspferd steht vor dir. Ja. Du bist da. Ja, dann würde ich dem Flusspferd auch den Erdnuss überlassen. Ja, aber du hast jetzt die Wahl. Entweder du hast die Erdnuss, um dich zu verteidigen, oder du hast gar nichts. Was würdest du nehmen? Ach, soll die Erdnuss nehmen, um dem Flusspferd es ins Auge zu werfen? Zum Beispiel. Aber du hast ja jetzt argumentiert, die Erdnuss sei sinnlos. Ich wusste ja nicht, dass... Möchtest du es lieber ohne Erdnuss machen? Ich könnte einen meiner Tänzer aufführen. Ja, aber... Oder du könntest einen deiner verstörenden Tänzer aufführen. Oh. Ich glaube, damit reizt sich das Flusspferd recht, weil ich... Aber bei der Ü-Ei-Werbung sind die immer so lieb. Ja. Happy Hippo heißen die. Das sind ja auch die Happy Hippos. Die heißen nicht Angry. Die werden auch schnell Hangry. Warum wurde denn ein Hippo, ein Nilpferd, als Happy, als kleinen Miniatur... Es hat dem Designer gedroht. Da kann sie auch Happy Tarantula. Ja. Oder Happy Giftschlange oder so. Happy offener Küchenmixer. Happy brennendes Messer im Auge. In jedem siebten Auge. Aua, aua. Ja, zum Schluss... Wir mussten wieder aufhören, weil er seinen Verstand verloren hat. Wir sind wie Friedrich der Vierzehnte, nee, Ludwig der Vierzehnte. Wir sind ins Wasser gegangen. Ja, zu den Flusspferden. So. Nach sieben Tagen gehen wir ins Wasser zum Flusspferd. Aber wir reiten auf jeden Fall. Wenn wir überleben, behaltet uns im Gedächtnis als Gottkaiser. So. Wir sind ein gütiger Gottkaiser. Wir reden auch immer als eine Person. Ja. In zwei. Ey, wir sind nur eine Woche. Der Wahnsinn. Ja. In diesem Sinne... Für Scotch gilt keine Uhrzeit. Ja. Einmal vielleicht wichtiger Punkt. Und Golfspielen darf nur noch in Verbindung mit Scotch passieren. Die ganzen schnöseligen Vereine hier. Und Minigolf nur so ein kleiner Scotch. Aus so einer kleinen Flasche, die du an der Theke mitnehmen kannst. Ja. Oder du lässt einfach deinen Flachmann auffüllen, dass du nicht so viel Müllscheiß hast. Ja. Ich habe in Zinnewitz Minigolf gespielt. Und da war der Boden dieser grüne Kunstrasen. Aber grüner Kunstrasen, der so circa zehn Jahre da schon ausliegt. Und diverse Wetterkapriolen mitgemacht hat. Das ist ja vielleicht eine Idee, ey. Ich habe neulich Minigolf im Schwarzlicht Minigolf gespielt. Ah, so ein Minigolf-Disco in Berlin, oder was? Ne, es ist einfach nur so ein Keller, wo Schwarzlicht ist und du da unten Minigolf spielen kannst. Genau. War gut? Das ist ganz seltsam. Also ja, das ist ganz lustig. Du warst angezogen, aber. Ja. Ja. So sagen es die Leute von der Presse. Aber, ne, die berichten anderes. The lying, fake news media. Aber, ähm, du hast halt einfach, weil es so Schwarzlicht ist und so komisches 90er-Jahre-Graffiti an den Wänden. Also halt mit so Graffiti-Kunst besprüht, aber so im 90er-Jahres-Stil. Hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass du in so einem richtig schmuddeligen Raum bist? Das klingt ja wie so eine alte Schallplatte, ne? Übrigens, deine Mottenfreundin ist wieder da. Oh! Der Hund hat wieder geschlagen. Ähm. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist... Ähm. Wir sind live dabei, wie er seinen Verstand verliert. Da hast du die ganze Zeit gefühlt, es wäre richtig schmuddelig. Aber ich meine, es ist halt überall Schwarzlicht. Also eigentlich kann da kein Fleck sein. Äh, gut. Ja, aber das war jetzt mein letzter Punkt. Dirk, hast du noch was zu sagen? Wollen wir diverse Frisuren verbieten? Ich kann auch nächste Woche noch weitermachen. Scheint ja ein großes Thema zu sein. Wir sind jetzt bei 1,10. Ja, ja, okay. Ich sage auf Wiedersehen. Irgendwann ist Schluss. Ich sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Es war aber wieder schön. Äh, das reimt sich nicht auf das Original, oder? Für nur ist es mit Dirk und Klaus. Dirk und Klaus. Schauen Sie auf Wiedersehen ein. Auf allen Podcast-Apps, auch auf Spotify, wo die Mail nicht bekommen. Und YouTube. Oder für nur ist es mit Dirk und Klaus. Oder add für die Support auf Twitter. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.